Alarm! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist los? Was ist nur los? Folgendes ist los. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Mein Schwein pfeift, absolut. Was ist denn passiert? Keine Werbung in dieser Sache, Fall Pokecorner. Ist eine Vorbestellung möglich für 151 und der Preispunkt liegt unter 100 Euro. Oh mein Gott, jetzt ganz, ganz schnell sein. Los, 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 los. Ihr schafft es nicht mehr. Oh mein Gott, oh mein Gott, ganz, ganz schnell. Hier, genauso wie die beiden. Alarm! Freunde, ich hoffe, ihr seid wach. Denn, und weg. Ja, Mensch, wir sind live dabei gerade. Wir haben History geschrieben. Also 1000 Stück einfach aufgesaugt. Ja, der Nedo, der schreibt es hier schon ganz richtig. 1000 Stück. Ja, was sagt man dazu? Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Was sagt ihr dazu, dass 1000 Displays, die gelistet waren zur Vorbestellung bei Pokecorner, einem sehr, sehr bekannten Shop für Displays und allgemein Pokémon-Stuff, innerhalb von einer, nicht mal einer halben Stunde weggegangen ist. Beziehungsweise so ungefähr sogar eine halbe Stunde fast. Also das, ähm, das ist unfassbar. Ich will damit nur sagen, mal ganz kurz, wenn man sich das ausrechnet, wir haben 100.000 Euro in einer halben Stunde ausgegeben. Oder es wurden 100.000 Euro für 151-Displays ausgegeben. Und die Leute rasten aus. Wollt ihr mit ausrasten? Ja, wollt ihr in FOMO verfallen? Zwinker, Zwinker. Ich hoffe, ihr habt den Anfang auch entsprechend gedeutet, ja. Und mein Video dazu gesehen. Dann kommt auf unseren Discord-Server und, äh, werdet Teil der Party, ja. Kostenlos. Und, äh, ihr seid da fix auf dem, äh, aktuellsten Stand. So, äh, genau. Und ich bin hier auch auf jeden Fall sehr, sehr aktiv. Und, äh, genau. Ich hatte hier auch geschrieben. Ich wollte mal ganz kurz, wann wurde es reingeschrieben? 20.08 Uhr und wir haben jetzt, ihr könnt es nicht sehen, aber wir haben 20.33 Uhr. Ja, also das ist jetzt gerade die genaue Zeit. Ähm, kann man ja hier auch nachvollziehen. Und, ja, crazy, oder? So, was nimmt man jetzt daraus mit? Erstmal, der Preispunkt war jetzt nach den letzten, boah, 72 Stunden wieder in einem sehr, sehr attraktiven Niveau oder auf einem sehr, sehr attraktiven Niveau. Wieso, weshalb, warum? Ihr habt es mittlerweile sicherlich schon von vielen Leuten mitgekriegt, aber da herrschte ja wirklich pures Chaos. Ja, genauso wie es auch im Titel stehen wird. Und wenn man mal hier jetzt gerade auf Card Market das Ganze nochmal aktualisiert, genaueres bald im Weekly, in circa, ja, in sechs Tagen, nee, sieben Tagen, in einer Woche ist es genau. Und, ja, da ist das erste Angebot bei 120. Wir waren aber auch hier schon auch unter 100 Euro. So, wenn man sich das weiter ein bisschen herleiten möchte und anschauen möchte, wie es denn auf dem japanischen Markt genau gerade aussieht, dann kann man das über Seiten wie Sneakerdunk, ihr solltet die Seite kennen, und dann kann man sich anschauen, für wie viel diese Displays am Tag verkauft werden. Und ihr könnt hier, und den habt ihr auch auf der Thumbnail gesehen, diese V-Form, ja, also man hat hier quasi einen Boden, also einen temporären Boden, jetzt, wenn man das so kurzfristig sehen möchte, gehabt, bei 8500 Yen. Und ist dann schlagartig um 40, sogar, ja, doch über 40 Prozent wieder nach oben gegangen. Und das über Nacht. Crazy. Das habe ich, äh, auch bislang nur bei 151 gesehen. Und, äh, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht, das müssen wir uns hier sicherlich auch nicht irgendwie, ähm, ja, muss man sich nicht drüber streiten. Das, äh, ist nicht normal. Ja, es wundert mich tatsächlich, äh, nicht, dass das passiert und passiert ist. Es hat mich leider ein bisschen, äh, ja, enttäuscht, weil da hat die Storno bei mir schön reingekickt. Man hat dann einen richtig fetten Deal auf meinem Discord mit Pikamon zusammen, äh, aufgestellt. Und, äh, ja, da konnte leider nicht erfüllt werden, aber, ja, ich war da nicht der Einzige. So ist das nun mal manchmal. Aber dann direkt zu sagen, oh, nee, jetzt, äh, lasse ich's. Und der Preispunkt ist kacke. Und, ja, sollen die doch mal kaufen, wann sie wollen. Dann ist mir alles egal. Und dieses Display, nee, ich hasse Japanisch. Das, äh, halte ich für, ja, vielleicht ein bisschen un-, also, na, ich will mich hier nicht falsch ausdrücken. Aber, ähm, vielleicht ein bisschen zu, ja, ähm, impulsiv gehandelt in der Situation. Also, ich kann den Frust verstehen, der meist hinter solch einer Aussage stehen mag. Aber, ihr habt ja gesehen, wie beliebt dieses Display ist. Und das wird nicht weggehen. Das wird nicht weggehen. Wir sind jetzt gerade in Japan ungefähr bei einem Preispunkt von 75 Euro, ja, im Einkauf, ja, wenn man's importieren möchte, da kommen Steuern noch hinzu und so weiter und so fort. So, und dann kann man sich selber eine Meinung bilden und sagen, ist der Preispunkt gerade gut mit den 100 Euro, die hier angeboten wurden? Oder ist das schlecht? Ja? Man kann abwägen und man kann sich, und das empfehle ich jedem von euch, bevor ihr überhaupt investiert in ein solches Produkt, von vornherein sagen, okay, hier ist mein Plan, mein Investing-Plan sozusagen, so viele Displays möchte ich mir kaufen und das gebe ich gestaffelt auf. Heißt beispielsweise bei einem Preispunkt von 130 Euro oder sagen wir 150 Euro kaufe ich meine ersten drei. Dann bei 125 meine nächsten drei, ja, und dann bei 100 die nächsten drei und dann unter 100 noch eins und dann habe ich meine zehn Stück voll. Als Beispiel. So, und dann hält man sich strikt einfach daran, ja, dann verfällt man nicht in diese Emotionalitäten, in diese FOMO und dieses nicht-rationale Denken und läuft dann gegebenenfalls sogar Preisen hinterher, ja, also da hatten wir auf dem Discord auch den einen oder anderen. Ich kann es ja verstehen, ja, wenn plötzlich alles weggefegt ist und Cardmarket hier verfügbare Artikel auf dem Schlag 500 weniger sind und die Preise von 89 auf 130 dann oder 140 hochsteigen, der Markt spielt verrückt in dem Fall auf Cardmarket, ja, dass man Angst hat, nichts mehr abzubekommen, ja, aber, ja, behaltet das im Kopf, das Display ist A, noch gar nicht so alt, es wird auf jeden Fall noch weitere Reprints geben und es wird weiterhin sehr volatil bleiben und ich bin mir sicher, das hier ist jetzt nicht die letzte Chance gewesen, ja, auch wenn man das bei meinem Intro vielleicht dachten, äh, denken konnte. Okay. So, Freunde, ähm, wie geht ihr vor? Was macht ihr jetzt gerade? Schreibt mir in die Kommentare ein kleines, spontanes, äh, Video, ein bisschen hier gefreestylt, ich hoffe, das ist okay für euch und lasst ein Like da, äh, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, macht's gut und adieu.